Ein paar Unterschiede dazu, wie ich vor 25 Jahren, ich bin in meinem Jubiläumsjahr dieses Jahr, 25 Jahre dabei. Aber wie ich angefangen habe, habe ich es nie vergessen. Und dieses Lied gehört einfach dazu. Und wenn ihr es noch könnt, dann würde ich gerne in die Fischer-Küre von Oberbein hören. Macht ihr mit? Einmal, okay, zu Beginn der Saison für den Mut, für die folgenden Sachen, die kommen. Einverstanden? Das klang damals so. Das ist lange, lange her. Ich glaube, das war 1973. Okay, machen wir das nicht ein bisschen gut. Da war ein Träum, der so alt ist, wie er. Und der ein Träum, sieh nicht, hört ihm zu, wenn er erzählt. Kennen wir es noch? Abreden wir es. Der Junge mit der Rund-Avonika. Du hörst ein Lied. Und dein Engel steht im Raum, ich seh, ich fühl dich auch. Dann weißt du nicht, ist es frei ohne Traum. Wollen wir es noch mal? Okay. Der Junge mit der Rund-Avonika. Und der Junge mit der Rund-Avonika. Und der Junge mit der Rund-Avonika. Dein Traum, ich weiß nicht, ist es frei ohne Traum. Das ist immer geübt, das würde ich auch gerne haben. Ich seh auch so schlecht da hinten, weil ich mir nach vorne geh. Wollen wir es noch mal alles zusammen machen? Ja? Also gut, die Fischere. Schön. Und der Junge mit der Rund-Avonika. Ich seh, von dem das einst entschlag. In Silberland träumt. Von der Wege mit der Rund-Avonika. Wie im Sternenklang am Land. Dann wird traurig sein Ziel. Und der Junge mit der Rund-Avonika. Und der Junge mit der Rund-Avonika. Und der Junge mit der Rund-Avonika. Dankeschön. Dankeschön.